warte mal ist nicht gut mein erfahrungspunkt ok ist cool ich bin zufrieden ich viel ja da wird ein bisschen nervig habe ich ja auch nichts machen kann gegen die blöden typen ich habe ja das ist stark machen hat immer noch kein schaden und diese völlig so bist du hier ein ich mache die stadt ich meine das bietet sich jetzt hier zu sehr an also das wollen wir nicht erwarten hatte ich jetzt nicht durch die sinne er geht jetzt volle möhre durch ja ja ich meine hallo hier finde ich so aus dass wir durch die durchdüsen zwischen laserstrahl auf die feuern ich stehe nicht warum ich sage ich schon eher wow sie gott gegeben aber ist eigentlich voll die coole kombination so jetzt müssen wir noch den rest hier zerschnippeln du bist aber niemand kaputt auch in der schampern aber niemand hier sterben von denen jetzt kann ich eigentlich aber jetzt noch mein nächster trick wenn er durch die mission immer meine eben bleiben sachen naja mal den hier ja gut na wenn ich jetzt wüsste ich für schaden abmachen aber den ja glaubst du schaffst es hier nicht zu finden kollege letzter schlag mann herzlich nicht kurz noch zurückhalten können ok ich meine es war zu viel verlangen ich meine ich treffe mal mit meinen anti flieger klamotten statt neu erleben darf glatt sehr gute level ups ja so jetzt muss ich noch irgendwie dich erledigt kriegen ja aufpassen ob man kommt die lawine jetzt wieder gibt es nicht drauf geachtet wenn ich hinter stehe mit mehreren leuten reich stadt entschuldige was so schlicht warte mal geht es auch bestimmt auf wie es bestimmt auf dem klo und dessen ich muss da unten hin kommen ich muss so oder so jeden einfach nur bei lawine gleich kommt ich weiß nicht wann genauso kommt aber die kommt irgendwann irgendwann kommt na gereicht hat von die aus aber die krepp chance von dem 5 prozent ein krepp aber ich mache ja nichts anscheinend jetzt hier mit aus aber ist okay hier sind noch zwei gegner von daher 29 dessen sonnenbogen sich gerade nein macht mich fähig das spiel ich muss ich muss acht schaden an den ich muss ja mit acht schaden hier abziehen ein erwarte wieso war ich damit kann schon gibt es da jetzt nicht mal ok solange aber jeder hier auf 39 hp ist was nicht jeder ist aber ist okay den wissen wir es ja wohl nicht treffen oder ich meine ich habe es schon vergeigt ich meine er wird ja wohl eher auf die klone losgehen okay mal hier mit dir den weg mit dir heilig mal jetzt muss man beten nachdem wir die kai schon mal ja alles handhabt ok santa wahl ist weder an kill noch keine ahnung natürlich macht jetzt entscheiden und da geht auch den klo los welchen er nicht trifft ruft versperrt mir gerade den weg ich werde nicht da in einem typen erreichen können leider aber es heißt okay hört ja sowas von wieder auf uns los kommen wenn ihr bis ganz zum anfang hey das ist jetzt nicht cool ja wir haben es so ganz am anfang hier wieder voll nervig hier so natürlich natürlich nicht ich war eigentlich die drachen da oben abschließend war da hat sich jetzt auch schon wieder erledigt er leidet ich meine warte mal macht der bock gegen sie erst mal die bogen ja ist irgendwann schon so das war es da mit der strategie was ich machen kann ist mit dem meister bogen jemand abschließend noch mehr kann als ich wird glaube ich eher hier ihn abschließen so da war eine verschwendung einer meiner kronaten kill weggenommen ich komme mit ihm ja nicht klar aber ich muss sie alle so hinter die dinge platzieren weil wir sind jetzt hier abgeprallt oder hier wurden die festgehalten da ist solange ich die dahinter bald ist alles okay man versucht aber ja während des kampfes sei es in der mitte aber ich komme auch voll durcheinander mit denen man genau das ist weil ich meine ja in zwei zügen aber ist immer so verwirrend soll ich mir auch noch merken ja zwischen all dem zeugs eine blöde mechanik was gab es schon wie ein feier mit dem fates mit durch zum wo es irgendwie wegen so ein wind die ganze zeit durch die gegend geblasen war genauso dämlich und dann schon wieder raum ich komme nicht mal hast du versuchen ihn nicht zu killen ich war jetzt schon wieder sehr viel verlangt ich denke lieber losgeben sondern gibt er jeden die beiden dann hier zurück geschoben also nicht so weit ich muss sie immer so positioniert die an den steinen abbreiten jetzt was ich mit den leuten hier wieder den ganzen weg zu klatschen sage ich habe ja mal vollzeit verschwendet hier um der seite jetzt hier aus hier sieht es glaube ich am besten gerade aus du machst sie aber fertig jetzt hier mit aus auch zu viel blöden so eine mechanik richtig down wahrscheinlich nicht mehr entschuldigung warum macht nur schaden damit aber das ist ja verbar los ich krieg dann gar nicht mit einschlag kaputt ach habe ich gerade fällig ja einer das ist noch gar nicht so viel mann wo soll ich ja machen da geht ihnen ja niemand dauerne zu entlaut noch danke ich glaube ich muss mit marinier groß heilung einsetzen weil jeder ist hier im eimer ja jeder ist hier im eimer 139 kannst du dagegen ausrichten ha 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 naja gar nichts würde ich dagegen machen sie muss hier hin warum nicht naja dumm ich wollte auch großheilung einsetzen boah so wir haben ja gar keinen fortschritt gemacht habe ich so gefühl so mit der wach mal dann mal hier die große böse heilung kostab war genau ich habe eine menge fahrtsmutter hat natürlich das stärken worden so okay die bin ich ja noch verbunden so das war nicht schlecht ich habe erst gedacht die gehen in die mitte mal ein bisschen nervig gewesen wäre er kriegt er nicht dauern er hat gesagt der schütze wird auf alfred losgeben er hätte ihn erledigen können glaube ich weil das im nächsten zukunft die labine sagen muss ich die typen erledigen während ich mich hier noch positionieren muss gar nicht mal nett rosa du bist weit weg hatte richtig down und einschlag ich sage das schon gar nichts mehr ich meine das ist ganz eindeutig irgendwie das ist kann er da kam verstärkungs truppen aber es sei gar nicht er kommt sowieso auf und zu irgendwann es war manchmal warum nicht immer noch dann habe ich gerade aha die sind beide im nebel ist klar die treffe ich nicht was hat hier 36 34 da ist aber ich nicht einfach hier hat die sind ja alle und neblich kann man nicht ich komme nicht durch und ich mache ja an den gegner keinen schaden ich glaube schon tanzen ich echt irgendwie verkehrten waffen als mitgenommen da wird jetzt so wenig schaden machen hat man bei euch reicht die überhaupt von aus ja vielleicht einmal treffen ja jetzt ins grieche alle charaktere warum macht er mit dieser waffe so wenig schaden kippt bitte aber live schon sagen wo kann dieses tag da müssen wir jetzt hier tanzen ja da nicht die kinder da kannst du mit irgendwas vielleicht ganz einfach treffen das ganze ach ja allerdings die werte wenn ich jetzt hier reingehen dass ich das stark genug sind wir ein schaden verloren nein er hat mich da getroffen da weg aber der wird er wird nicht so viel machen ich kann ich doch schon einpacken folgern so normales messerchen dabei 27 23 ja so war mache ich hier ich kann schon wieder nicht hier ich muss mich da wieder so komisch positionieren wegen den ganzen leuten ja er trifft sich da oben da so ein blöder ja die kirche neben dem getroffen die sind da in so einen blöden nebel drinnen hier mal so hier in ein tue mannig noch mal dem ja das war ja noch mal dich hier ich finde das so kacke hatte ja und all diese sachen ja auch noch denken muss so voll üblis nervig hier macht mir keinen schaden ich will mich aber hier gerne raus bewegen nämlich hier aus bewegen ist das gut ich weiß nicht machen wir den war mache ich hier ich weiß nicht dass die erste da sagt ich kann mir gar nicht vorhanden ich kann da um keinen schritt vorhanden jetzt zu meinen klonen also was reißen ich habe schon ein bisschen verzweifelt zu sehen wenn irgendwie jeder gegner irgendwie stärker zu sein scheinheit jeder meiner charakter ist einfach nur ein fakt ist das die karakter machen einfach im schnitt sehr viel mehr schaden gegen mich als ich gegen die das war sehr gut gerade da kommen noch mehr fliegende einheiten ich hatte es so aber kann verschärftes truppen ich gerade gesehen ja für die züge sind schon vorbei so machen wir hier hier sind zu viele gegner ich kann nicht links dahin packen weil da sind maria also ich kümmere mich um die vorher er kann sich nur bis dahin bewegen wenn ich es schaffe diese beiden magie jetzt diese beiden also nicht magier diese sonnenbögen leute hier zu erledigen dann ist eigentlich alles okay machen wir es nun ausgleichen weil der meister sagt das cool wir hatten du hast eine silber aber ich kann sie ja gar nicht weg bewegen sei da und kommt das nächste ding an ich muss dich erledigen ich muss dich erledigen mich noch kontern er voll da voll nicht fair ich meine ich könnte mir mit dem ding zu erledigen um diese blöden selber klingen und diese groß extrem herum zu arbeiten es mit aller nervigste es ist einfach viel zu viel schaden mit ihm ausdrücken ich weiß nicht was hier man soll hier sind zu viele gegner ich muss die erst mal hier weg klopfen hatte man da oben die situation einfach mal eiskalt ignorieren noch nicht kommando zurück da wir müssen uns erst um die er kann man weil er steht jetzt auch genau hier ich komme ja nicht aus dieser situation aus warte mal die beiden machen nämlich fertig man nämlich eiskalt fällig die man mich nicht eiskalt hängen die könnte ich die können mich nicht beide angreifen weil einer von dem muss hier stehen wenn einer von ihnen da stehen da kann der andere nicht da stehen das heißt die müssen sich hier in den weg kommt kommen sich deinem weg das heißt ich mache eiskalt den ihr gesperrt den alle den weg so können die sich ja schon mal nicht auswählen dass man sich nur noch um die typen herum arbeiten manche danke ich sie ein sein so es wird fernkampfer ne du hast du meistern aus der chance von 45 das ist eine menge du machst wie viel schaden 42 sowas von weg vom fenster werden muss eine ausweich du hast eine treffer chance von 130 er muss weg also frustrieren essen fliegende einheit ich müsste ihn eigentlich anlocken nach 102 ausweichen da ist er eine 28 prozentige chance zu treppen nämlich ich muss hier davon weg locken fehlt mir noch nach unten ist er noch nicht fertig so ich meine da ist ja machen kann er muss hat irgendwie nicht gemacht hat war alles ich hoffe ich hier reingehen ich glaube ich habe jeden treppen okay dafür so viel dazu aber ist okay ich habe zwei treffer war machst du nicht das war allerdings ausgerüstet hat er hat immer noch die lanze ausgesetzt wohl ja ich kann einiges schieflaufen gerade so was haben wir den bogen okay aber ich komme sogar dahin damit schwert 9 49 ich nebeste du bist er will ich in ordnung sein immerhin noch das hier genau da will ich sehen genau das will ich sehen mal eingehen mit einem schlag verkaufen genauso muss das ein sehr guter level ab heute zum totalen glückstern stehen geschwert kraft stand ich muss erst schwer kraft gelesen so wie bleibt ist die karriere eigentlich in dem spiel ob es er kriegt mich nicht danke ein schaden war da bis ich mal bogen ausrollen gerade gesehen was passiert ist der axtkämpfer ist nee es hat er den abweg gehauen gott ich da war dann wird es nicht bringen ja ich glaube 20 erst jetzt 20 und ja er wird 20 ist ab maximum alles klar wissen was willst du mich auf den armen hat er mich da raus geschmeckt hat man ich hasse schmetter waffen ja ist okay oh mein gott ich weiß der herz da raus geschmeckt hat wurde alles man gehen wir jetzt hier nicht so vernerven okay mach mal die dinge die war ganz sicher wissen ich krieg mir zu viel mann das stück aber war eindeutig gerade zu viel ja dann praktisch mit der waffen kretschungs kohl nein 37 ok er hat mich da oben aha 23 man kann mich von austreffen jeder zwei drei vier fünf sechs 63 43 wenn er mich kritisiert ich muss mehr leute da oben in schicken so ich müsste jetzt alle da oben da gibt es jetzt hat mich gerade mit 96 92 habe nicht gesehen hat der schweite mich auch erreicht ja was geht bitte kriegt mich nicht in der eine war ein retter der muss nach unten gehen bitte ok ok aha oh gott auf bett habe ich nicht der andere hat mich auch nicht selber war für oder naja jetzt bin ich aber im nebel glaub ich drinnen danke okay alle noch nebenher ich muss dich erledigen wer ich krieg dich dich kaputt danke wenn ich daneben auch natürlich war erledigt das war gleich von dem einen typen da von dem ein ding da abhauen ich mache so was man fällig jetzt naja ich werde mir auch schon viel besser die situation jetzt gerade naja ich glaube da gar nicht mehr wie solche schiziale ich bin so sind überhaupt acht okay noch genügend zeit ich glaube wir kriegen wir tun uns hier wieder so langsam ja richtig balancieren würde ich sagen sagt 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 jetzt so eine coole animation so jetzt muss ich hier drauf achten die leute hier alle so platziert sind die werden jetzt zurückgeballert und landen dann hier so auf der verstanden mir trefft mich da hinten hier kann schon wieder ein paar sachen schief laufen das war ich mach den ja der gott wie wir seine tiefe irgendwie wird seine stimme immer tiefer irgendwie auch er da gerade gestorben ist nur voll tiefer ja jetzt gehen wir ganz langsam dahin komme ich aber nicht hin das überhaupt noch irgendwas von dem bogen ich habe die axt da ist auch noch jemand zu ihnen dauer den ja ja ist nicht genug so will dazu kurz abschlagen ja okay kannst du ihn erledigen ohne zu feiten ja nur mit 94 prozent nicht daneben aus natürlich so wie du mal hier so was ich um die 59 51 weil sonst ein jahr zu weit einzusetzen ich habe sie hat jetzt schon vergeben eine verteidigung das brauche ich so dass euch da rein stürmen wo ich aber leben ja wenn der aus irgendein holt da rausgeht sollte man hier ein und ihr werdet dann hier ein gestoppt ich meine wird so oder so abgeschossen ich gleich mal versuchen hier jemanden mit dings zu halten mit produktiv oder so wenn ich hier hingehen er dann wird sie ja hingepackt du bist aber nicht sie erledigen und so also keine momente so klein richtig von ihnen ja 59 das ist eine menge schaden aber da du lebt er sogar noch halbwegs und dann komme ich hin den ihr da von mir muss ich erkennen außer du hast daneben das ist ziemlich gut bei los und da sind schon jetzt viele unten sag schaden gott diese krebschung schon wieder aber der ist tot bevor der angreif kann hängt sich da mag ja dann die perfekte konter für die typen da ist man will ich vorbereitet wo wir eigentlich nicht so schlecht mit bale zurückgeschubst wurde ich komme nicht ich kann wegen die typen ja nicht an sind zu viele so nochmal den zweikampf hier weiter richtig kaputt ich komme schon mal fragen wenn ob ich funktioniert hat er hat so jetzt natürlich auch warum macht das so viel schade kann man nicht auch erledigt das ist der einzige da oben noch rumlungert das heißt wortwörtlich wir die blödeste der blöde ort um labine aus ich war mal mit dich platz warst du manchmal kann ich eigentlich ihn abschießen von die aus ja ich glaube ja so und damit 20 ist doch maximum grüne zahl dass immer maximum von irgendwas ja dem bitte zum mitnehmen ich habe vergessen hat seinen fährten hexen gut hat ein mächtiger zauber hängst du streichern meine mähne und ich erfülle einen wunsch was ich ja mache ist ja da kommt gleich links hier alfred und wir haben eine lanze voll in den sein gesicht ja ich glaube langsam was jetzt hätte ich noch bösere überraschungen kommen was immer der fall ist aber mal schauen ich glaube hier erwartet einfach nur bis die man fertig sind mit dem also mich von da aus bitteschön treffen oder ja aber weiß ich weiß nicht wie viele noch mal schaden gemacht habe ich glaube der hat irgendwann mit zehn oder so schaden gemacht das war das mit denen obwohl sie war eigentlich besser die um up aber wir müssen mal kurz hier gucken ich gucke google durch es war eine sicherheit 84 das hiermit 54 dass wenn ich hier reingehe betreffsicherheit von 24 mit dem tanzen ist ein bisschen spät aber ja sehr gut das ist noch irgendwie erledigt kriegen immer noch wahl er macht ja nichts am schaden was nicht der zauber den wir letztens von gris bekommen haben bonk ja ich will ich vielleicht mal hier entpacken genau den er kann ich machen jetzt will ich mich sicher also mit ihnen angreifen zu können da war man hier eigentlich nicht der krieg als der krieger land zu geben ich meine überlebt einen angriff noch schon vorher dahin düst und ich kriege als erstes kriegen als erstes noch alle ap so auch fünf züge glaube ich aber macht 20 schaden da habe ich mich ein bisschen verschätzt ich glaube wir sterben jetzt ich bin deutsch mit 34 treppen nein danke ok ah ah warum warum die fiecher von allen letztlichen dieb oder so sparen können moment mal wer kann da reingehen man schützen ich habe keine schützen ja verdammt so hahaha sonnenbogen auch den kann ich denken naja ich muss glaube ich am war hier hoch heilen also er wird in einem ding gespart ja da wird hier nichts mit ihm nicht mit ihm er wird mich ja nicht damit kaputt haben noch einmal auch ich kann mich erst soviel dazu ja der war jetzt nicht gut wir werden ja sowas von sterben obwohl kann auch von eingetroffen werden er kann von bein getroffen werden das ist ein problem das selber groß aus 66 wird sie wird sie nicht weil sie nicht schnell genug ist ich meine da kann man natürlich wieder nur abwarten er wird aber nicht von dem sonnenbogen erledigt ne 15 da hat mich aber vorhin auch nicht da wird ihn schon wieder erledigt ne jetzt denke ich sicher der sonnenbogen wird ihn nicht erledigen dann gehen wir hier ein jetzt habe ich hier ein vor schwulen ja das was meine über springen kurz 16 schon ich glaube sie ist jetzt die zweite einheit in ausnahmen von meinen level über 30 einheiten darum ist auch noch einer bestimmte ein ganz vergessen da mag man hier mich ihnen anlocken versuchen er hätte wahrscheinlich eher auf mich los sage ich mal muss man zieht wieder hoch ein so ich komme jetzt erst daran stemmt der wird und ja das warte auch gott das war gut nicht wirklich kippen danke ja ja okay ich habe damit verstanden zu rufen da ist natürlich jetzt ein bisschen nervig